Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde im Premier Cup FIFA 15 Multiplayer Seasons Viertelfinale wieder mit Ronaldo und Co. zur Real Madrid. Lass uns starten! Ganz oben läuft Ronaldo, Ronaldo auf dem Weg zum Tor, Ronaldo auf dem Weg zum Tor, immer noch Ronaldo, immer noch Ronaldo, Ronaldo und er macht ihn! Ronaldo mit dem 1 zu 0 gegen Barcelona, direkter Einstand in der sechsten Minute, Ronaldo ruft. Schön gespielt, schön gemacht, 1 zu 0, nachdem wir den letzten Gegner mit 2 zu 1 nach Hause geschickt haben, fangen wir hier gut an, im Viertelfinale des Premier Cup. Oh, Schande! Oh, nein! Oh, na was! Hält super! Der ist ein genialer Torhüter! Am besten Köpfen mit Ronaldo oder mit einem guten großen Verteidiger! Piqué, der ist groß! Schön, zu Piqué. Runde flanken, Spiel locker halten, verlangsamen etwas, Tempo anpassen und ganz oben startet wieder Ronaldo. Ronaldo wieder dabei! Ronaldo auf Benzema! Und Benzema macht ihn! Benzema mit dem 2 zu 0! Schönes Tor! Was macht er da? Na was? Was macht er da? Ich dachte, der nimmt ihn einfach auf und das war's. Und jetzt geht's ab. Nach unten. So, Benzema. Ganz oben läuft wieder Ronaldo. Ronaldo ist schnell. Und kommt nicht an, aber Ronaldo mit der Nachschusschoss. Ronaldo! 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 Nochmal Ronaldo! Warte, Verwaltung. Ganz oben läuft der noch. Ich sehe ihn immer noch laufen. Da startet er. Okay, alles gut. Alles sauber gehalten. Oh Gott. Der Laufweg. Der Laufweg vom Verteidiger, weil er sich am Gegenspieler vorbeidrücken will. Unglaublich. Wäre schön gewesen. Aber hey. Nochmal die Chance. Nochmal die Chance. Benzema und der Kritsch, dass ich in letzter Sekunde wein, der Jordi Alba. Und jetzt geht's schnell. Ronaldo, 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 Ronaldo. Immer noch Ronaldo. Ronaldo gegen 4, Leute. Gegen 4. Kommt durch. Immer noch Ronaldo. Spielt ihn ab. Oh. Gibt der Ball. Okay, wir holen mal welche rein. Der bewegt sich raus. Dann kommt da einer reingelaufen. Und dann spielen wir ab. Alter. Alter. Verdammt. Den bringe ich kurz rein. Und. Modric. Ronaldo. Macht ihn auch nicht. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh. Oh. Nein. Oh. Groß. Benzema. Carlos Paola schon wieder. Unfassbar. Wir holen wieder einer rein. Der bewegt sich raus. Das bedeutet, von rechts läuft einer rein. Und den spielen wir an. Und nochmal James Rodriguez und drin ist der Ball. Zum 3 zu 0. Entsteidung. Der weiß zu 0 ist der Real Madrid in der 74-Minute. Ich würde sagen, halbfinaler Ruf. Wieder auf Benzema. Wieder auf Benzema. 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 Ganz oben läuft Bale mit. Der hat oben auf Bale mit. Und 5-0. 87-Minute. 5-0. Der Real Madrid. 4-4-5-0. Halbfinale. Ich komme. Benzema. Startet wieder. Benzema. Benzema. Ganz oben läuft Bale. Bale. Wir spielen auf Bale. 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 Bale 6-0. 89-Minute. Bale. Und vorbei. 6-0. Applaus für mich selbst. Schön. 6-0 gegen Barcelona im Viertelfinale vom Premier Cup. So kann es weiterlaufen, würde ich sagen. Vielen Dank.